Hallo Athleten, da sind wir wieder. Wir haben heute einen neuen Special Guest, unser Marcel. Hat ein bisschen Überzeugungskraft, ihr braucht ihn ins Video zu kriegen. Dafür strengt er sich jetzt umso mehr an. Wir haben uns heute ausgedacht für euch ein bisschen Cardio im Wechsel mit ein bisschen Umstabilität. Und zwar geht es los mit einer Variation von Hampelmännern. Marcel zeigt euch das mal. Und zwar macht ihr diesmal bei den Hampelmännern immer eine Drehung. Einmal nach rechts, einmal nach links und wieder zurück. Davon ungefähr 20 bis 30 Stück. Marcel darf es auch hören, wenn du gerne möchtest. Marcel wollte nicht zu viele machen, hat er mir vorher extra gesagt. Genau, 20 bis 30 Stück. Danach geht es direkt runter in die Planke. Ohne Päuschen. Und dann tippt ihr in der Planke mit ausgestreckten Armen nach rechts und nach links im Wechsel. Davon 10 bis 20 Wiederholungen. Wenn ihr das habt, kommt ihr wieder hoch. Atmet 30 bis 60 Sekunden durch. Und dann geht es wieder los mit Hampelmännern. Ihr macht wie immer. Ich denke mal schon, also 10 Runden schafft ihr auf jeden Fall. Groß können heute sogar 20 Runden machen. Viel Spaß. Und dann geht es wieder auf jeden Fall.